Wusstest du, dass Kaffeebohnen eigentlich Samen sind? Nee, wait, what? Technisch gesehen schon. Hätte ich nicht gedacht. Bis zu 60 Tagen nach der Ernte kannst du aus Kaffeebohnen, sorry, Samen, neue Pflanzen züchten. Okay, crazy. Weißt du eigentlich, wer so richtig Ahnung von Kaffee hat? Abgesehen von mir natürlich. Cure Graders! Cure what? Cure Graders sind richtige Kaffee-Profis vom international angesehenen Coffee Quality Institute. Die bewerten Kaffee anhand des SCA-Scores. Okay, eins nach dem anderen. Was sind SCA-Scores? Na, der Score der Specialty Coffee Association. Kaffee, der zwischen 80 und 100 Punkten von den Cure Graders erhält, darf Specialty Coffee genannt werden. Praktisch, dann weiß ich direkt, was ein Potenzial in meinem Kaffeebohnen schlummert. Good to know. Und dann wusstest du bestimmt auch noch nicht, dass Espresso auf Italienisch ausgepresst bedeutet. Mindblowing. Aber woher soll man das auch wissen, wenn man kein Italienisch spricht?